jetzt willkommen zum jeddah street circuit und hoffentlich zu einem fesselten renntag wir sind beim großen preis von saudi arabien und es geht jeden moment los werfen wir einen blick auf die topografische karte des jeddah street circuit wie sie sehen können müssen die fahrer hier ein paar anspruchsvolle kurven meistern es wird sich also zeigen wer aus dem training dieses wochenende das meiste machen konnte und wie viele straßenkurse ist es eine strecke bei der fahrfehler meist nicht ungestraft bleiben also hoffen wir mal dass das safety car heute nicht raus muss es ist an der zeit einen blick auf die startaufstellung für das heutige rennen zu werfen frostbite fährt auf die pole position und daneben steht max verstappen und schauen wir uns den rest der startaufstellung an perez leclerc hamilton sainz russell fernando alonso botas joe zunoda hülkenberg okon norris oscar piastri albon gasly devries sergeant und richter also dann es wird zeit wir schalten runter zur strecke für das heutige rennen und ein herzliches willkommen auch an meinen co kommentator den mann mit erfahrung und unerschöpflichen wissen stefan römer kommen wir zu frostbite die führung auch bis nach kurve 1 gegen so viele schnelle starter verteidigt werden abgesehen davon kann es natürlich passieren dass irgendein vorfall in kurve 1 das rennen komplett auf den kopf stellt hoffen wir mal dass alle das rennen heil überstehen ja oder herzliches willkommen von mir beziehungsweise von uns zum rennen hier aus jedda in saudi arabien oh ich habe mich verdrückt ich wollte eigentlich erst in die rennen strategie aber der wartet nicht auf dich dauert jetzt einen kleinen moment hilfe ich helfe dinge durch die gegend bist du da ich bin da ok keine einführungsrunde ok oh man da ist ein super start gehabt war schon auf 14 vor und dann drückte ich wieder einer an die wand das war's mein rennes durch mein auto fährt also ich habe unterboten schön kritische und ein flügel kaputt weil die kreise ich wieder dem die mann das ist der mich anstellt weil ich guten super guten start hast und die kreide wäre das gewohnt ich muss ja das heißt ich muss jetzt schon in die box ich war so schön mal dran ich war schon drüber hilfe das war's oder auch nicht flügel ist kaputt kaputt lecker mio eh aber das ist heute hat die scheiß das ist perfekt gelaufen wir sind stolz auf dich und die crew der fris ist auch in der box gewesen der hat auch wohl schon mal abgekriegt die seitenkästen haben was abgekriegt erhalte die motortemperatur im auge es könnte sich auf die kühlung auswirken der unterboden wurde sehr stark beschädigt gut Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens einst, wenn du höchstens einst, wenn du höchstens einst. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens einst, wenn du höchstens einst. Die Karosserie hat ein bisschen was abgekriegt. Pass auf, dass es nicht schlimmer wird. Die Karosserie hat ein bisschen was abgekriegt. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens einst, wenn du höchstens einst, wenn du höchstens einst, wenn du höchstens einst, wenn du höchstens einst. Und du kannst es nutzen, wenn du höchstens einst, wenn du höchstens einst, wenn du höchstens einst, wenn du höchstens einst. 4 und schon in die box das was abgekriegt ja mein rennen ist gefühlt schon regel also ich habe seitenkästen schaden im unterboden schaden die motorkühlung leidet also aber wir versuchen durchzuhalten vielleicht kommt auch mal ein safety oder so ich wollte nur so früh wie möglich auf die mediums gehen und durchführen und meinen stoff hinter mir haben ja ich wusste schon in runde 1 ich hätte wahrscheinlich noch mal aufs hoff geben sollte uns heftiger kommen sowieso scheiße 20 19 20 20 20 20 25 20 20 30 20 Es ist besonders, dass da eine Karte gesetzt werden, acht Runden noch. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 35,8 Sekunden. Alles gut, wer war es, die Zeuge Jehovas oder was? Nein, ich hatte was bestellt, aber an der Ankunft stand 13 bis 17 Uhr. Sonst kommen die immer erst kurz vor Schluss und heute kommen sie, gerade heute, so zum Kotzen. Alles gut, kann passieren. Bei mir haben auch schon Leute mitten in der Aufnahme angerufen. Das ist dann lustig. Weißt du, was mir auch schon passiert ist? Ne. Liga Rennen in Singapur. Ich fahre gerade im Qualifying aus der Box, klingelt der Essenslieferant. Und ich muss rausgehen. Das Auto rollt raus und versaut jemanden die Runde. Ja, das ist bitter natürlich. Ja, deswegen, wenn ich weiß, ich habe irgendwas vor, sei es eine Aufnahme oder sei es ein Rennen oder was auch immer, dann stelle ich mir das Essen oder ich bin auf der Arbeit, stelle ich mir das Essen zu einer bestimmten Zeit. So, jetzt ist die ganze KI in der Box. Der Fries noch oben? Ne, der Fries fährt. Oh, bitte aufpassen. Nicht da irgendwie jetzt noch. Unfallverursachen. Ja, nur weißt du, ich habe gedacht, wir schaffen es noch bis 13 Uhr alles zu erledigen. Wir haben ja noch nicht mal 13 Uhr. Deswegen. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal was bestellt. Sonst kommen sie mal erst kurz vor Ende der letzten geschätzten Ankunftszeit. Und gerade heute kommt die vier früher, ey. Wir haben gerade mal kurz nach halb. Und dann stellt sie es auch noch unten in den Tour. Ja, das können die, können die gut, weil ich keinen Bock an den Motor zu rennen. Ich kann sie aber auch... Ne, ich kann das aber auch verstehen, warum sie es machen. Wenn die, je nachdem wie voll das Auto ist, heute noch, ballern die natürlich... Das mag noch gehen, aber was ich jetzt auch schon ein paar Mal hatte, ist, dass es mir einfach mit purer Gewalt in Briefkastenschrift gestopft haben. Na, da kannst du wirklich Anzeige machen, wenn das kaputt ist. Das ist schon ein Logo. Ich hatte schon Videospiele, die halb aus dem Briefkasten rausgucken. Da brauchst du nur einer vorbeikommen und rausziehen. Ja. Ja. Ja gut, du weißt nie, was drin ist, aber es gibt doch Spaßvögel, ja. Oder egal, was da wo das herkommt. Die KI geht fast auf Rad, alle. Meine Güte, diese Scheiß-Körbs. Naja. Du musst da jeder, der welche Köpfe mitnimmt, sind es doch auch. Da bist du nur Passagier. Na, diese Scheiß-Körbs da am ersten Sektor, wenn du da rauskommst. Naja. Das ist mir auch schon zwei, dreimal passiert. Ich hab' solche, hä? Vorhin. Ich muss noch meine Einstellung überprüfen. Nicht, dass ich tatsächlich die Traktion noch komplett habe. Da würdest du nicht erkennen, warum ich so viel Zeit immer verliere. Bei Mittelfall schießt er nicht so viel Zeit. Ich fahr' hier halt ohne mal zurück in den Gefries. Jetzt auf den Geraden. Warte. Verwarnung, ja. Oh Mann. Ja, genau das meine ich. Ich hab' den Scheiß-Körbchen. Setz auf, du kommst nicht. Du kommst da nicht weg. Hier. Dann muss ich runter und gar frischen durch. Jetzt auf mal über 20er Jennerpeatensaft oder schnall kommen了. Ja. dniu. Ja. Jetzt sind ja immer nochabae Open. Dann bin ich hier proactive. Ja. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Blaue Flagge. Na ja. 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 Na ja.